Nein! Er hat alles voll geschissen! Was passiert hier? Ich habe für euch die schlechtesten Horrorspielen aus dem Internet gezogen. Darum kommentiert auf jeden Fall von 1 bis 10, wie ihr jedes Spiel fandet. Wer von euch hatte schon auch immer Angst vor dem McDonalds-Clown? Heute ist es soweit. Wir können Ronald McDonald 2 spielen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, also werde ich die Handlung nicht verstehen. Scheiß drauf, Donald! Der will eine 2-Dollar-Donation. Und wir gehen rein. Oh! Ja! Geschafft! Ist das hier eigentlich Ronald McDonald? Was will er von mir? Also wir fahren zu unserer McDonalds-Schicht. Hier haben wir... Ronny! Oh wow, ein Tutorial! Seitdem ich sehe, dass du ein Noob bist, Bro. Chill. Und du nicht weißt, wie man spielen soll. Was greift denn mich so an, Dicke? E drücken, um Türen zu öffnen. E drücken, um etwas zu nehmen. E drücken, um mich zu verstecken. Oh, noch Volume. Jetzt höre ich was. Oh, das ist gar nicht gut, dass ich jetzt was höre. Ronny? Bist du böse? Ronny? Ronny, chill! Ronny! Weiß er, dass ich da drin bin? Guck! Hallo? Ronny? Ich will be able to take my secret recipe. Komm, ich stehe wieder raus. Das hat er mir nicht erklärt, wie ich hier rauskomme. Lass mich einfach raus. Bro, mit der F kann ich furzen. Also wir müssen von Ronny und unserem Ronny-Freund hier das Geheimrezept klauen. Aber wir gehen rein und furzen. Ja, was machst du? Geh weg. Geh weg. Ich glaube, der hat meinen Furz gerochen. Bro, was geht da? Er raucht einfach die Zigarre. Bro, Ronny ist lit. Was macht ihr da? Fortnite? See you in another life. Was geht denn? Was passiert da hier alles? Ich check gar nichts mehr. Hä? Sind wir jetzt zu Burgerfleisch gewonnen? Und Tatsache. Oh, wir sind das Geheimrezept. Bad Ending. Oh, wir versuchen es nochmal. Ich will dein geiles Rezept-Clone, Ronny. Ich muss ihn, glaube ich, erstmal rauslocken. Oh, da ist er ja. Geh weg von mir. Oh, chill. Ich muss ein Geheimrezept wissen. Auch wenn wir es jetzt schon rausgefunden haben. Komm mal, ich mach die Tür wieder zu. Was ist das? Okay, da sind also drei Rezepte, die ich machen muss. Hier ist übrigens Grimace. Oh, hier ist der Grimace-Shake. This menu needs Grimace-Shake. Welche Flasche ist das? Die hier? Ist das die? Ja, sind die Pommes hier. Nein. Okay, was mach ich jetzt? Doch, jetzt die drei Rezepte. Was willst du jetzt doch von mir? Ah, hier ist der Schlüssel. Hä? Oh, hier liegt der Scheiße. Wo drange, schau? Äh. Ach nein, ich wollte nicht furzen. Jetzt weißt du, wo ich bin. Oh, nein. Signor Roni. Geh weg, Signor Roni. Nein. Hier, boy. Hallo. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Oh, Sie wollen den Salat. Oh, ich gehe ins Scheißhaus. Hallo, wer ist hier am... Hä? Hä? Was macht hier die Portal dann? Was geht ab? Äh. Signori, ich glaube, das sollte nicht so sein. Oh, what the fuck. Secret Ending. Yeah. Roni, du musst jetzt endlich damit aufhören. Hä? Was geht jetzt? Was ist das? Ich habe irgendein Funkmast angedings. Das ist ein Alien. Roni, geh weg. What the fuck. Grim ist nein. Die nehmen einfach die ganze Menge weg. Secret Ending. Aliens existieren. Okay, das Spiel hat vier Enden. Das heißt, ich muss nur noch einmal durch diese Tür. Slay Bears, meine Damen und Herren. Ein Weihnachts-Dings angehauchtes Dings. Auf jeden Fall sollen wir da nach Hause finden. Und ein Santa Claus mit einer Axt verfolgt uns. Die Axt in einem blutigen Geschenk. Ist das nicht schön? Familienfreundlich. Meine Augen. Sally. Es ist Heiligabend. Wir ziehen uns trotzdem aus für ein bisschen Geld. Und Billys Weihnachtsgeschenk haben wir. Und wir müssen schnell nach Hause. Ja, dann labern wir doch nicht so viel. Oh, wir haben sogar eine Ausdauerleiste. Jetzt geht es richtig los. Ist das Santa? Wer seid ihr? Bist du Billy? Billy? Hallo, bist du Billy? Oh, hallo. Billy eigentlich? Wir bunnihoppen jetzt ein bisschen. Maxi. Hä? The fuck? Hallo, haben Sie Santa gesehen? Die fahren einfach über mich drüber. Nein, warte. Ich fahre über die drüber. Habt ihr das gerade gesehen? Das Game zuckt manchmal so nach oben. Aha. Das ist halt so ein Pfeil, wo ich hin muss. Hallo, bist du Billy? Warum sieht sie aus wie Skylar von Breaking Bad? Ich bin jetzt fast da, wo Billy sein soll. Billy. Was war das? Okay, ich lasse das Geschenk hier, Billy. Jetzt will ich nach Hause. Ich kann boxen. Ihr wisst, was ich jetzt tun muss. Hey Skylar. Was ist das denn? Hallo, stopp. Polizei. Ja, Loki, was macht eigentlich die Polizei hier? Hallo, Polizei. Auf dieser Strecke hier komme ich nicht nach Hause wegen der Polizei. Oh, hier geht es zur U-Bahn-Station. Oh, fuck. Ist auch hinter der Säule, oder? Ist auch hinter der Säule, oder? Merry Christmas. Hier ist jemand tot. Nein, hier ist jemand tot. Muss ich wieder raus? Nein. Ich habe nicht gesehen, was war da? Hallo? Musik? Was? Ah! Oh, geh weg. Nein. Hier ist ein Scheißhaus. Okay, geh weg. Nein! Was? Sehe ich jetzt vielleicht, was da vorne war? Ach, der ist da ran gelaufen. Hey, geht es wieder raus? Ich brauche ein Brecheisen. Benutzt dein Fuß? Oh mein Gott. Noch einer. Ja. So hat es. Oh, fuck. Oh mein Gott. Er kommt. Wohin? Ist hier ein Labyrinth? Oh, oh. Wieso ist der jetzt hier runtergekommen? Ich bin doch nur nach Hause. Ich habe jetzt die Brechstange. Auf. Oh, es geht wirklich raus. Komm, wir gehen jetzt mal zu der Polizei. Wir zeigen den an, Alter. Pass auf. Deutsches Rechtssystem. Hier ist der gelbe Punkt. Ich kann heim. Kannst du vielleicht kaputt machen mit etwas? Hallo? Bring doch die Brechstange aus deiner Hand. Oh. Geh weg. Nein, lass mich. Ach, hier ist jemand tot. Ich habe eine Axt. Ich bin Santa. Damit jetzt das hier zusammenkloppen. Und hier ist mein Zuhause. Das ist ein Zettel. Ich habe meine Miete nicht bezahlt. Ey, wo ist der Psychopath? What the hell? Jetzt habe ich eine Pistole. Du willst mir erzählen, der hat zwei Cops umgenietet mit einer Axt. Und die hat eine Pistole. Das sind ja die unfähigsten Cops überhaupt. Ey, Santa, wo bist du, Mann? Ergib dich. Das Gebäude ist umzingelt. Oh, was? Kill Santa. Okay. Oh, nein. Oh, 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 oh. Ich habe ihn gekillt. Arschloch. Ich habe Santa umgebracht. Merry Christmas. Und als wäre es jetzt nicht nur schlimm genug gewesen, Santa umzubringen. Jetzt gehen wir in den Poop-Killer rein. Und der kostet ein Dollar. Ein fucking Dollar. Ich kaufe mir jetzt ein Spiel, was Scheiße im Namen hat. Oha, Digga, das geht voll fit. Alter, das ist ein heftiges Intro-Lied. Ja, was tue ich hier? Wir haben hier eine gefährlich aussehende Kloschlüssel. Und wir gehen direkt rein. New Game. Äh, ja, was mache ich denn jetzt hier? Horror-Movies. Das ist weg jetzt. Leg es weg. Okay. Das sind meine Aufgaben. Die Horror-Filme in die Regale tun. Den Boden sauber machen. Den Müll von unten wegbringen. Und die Graffitis draußen wegmachen. Adventure-Movie. Action-Movie. Put-Movie. Ach, hier ist die Horror-Movies. Ich bin ein hart arbeitendes Tier. Ey, hier ist ein Aquarium. Hä, bin ich dumm? Ist doch kein Aquarium. Erste Aufgabe erledigt, würde ich sagen. Wer ist das? Wer ist das? Ist das ein Kunde? Hallo? Trauen Sie sich ruhig um, gell? Weiß ich, was brauchen Sie? Ich bin hier Arbeiter. Das ist Walter White. Stehen euch an, Glatze und Bart. Haben Sie einen Film nach Ihrer Auswahl gefunden, Sir? Wir haben sich auf mich zugewegt. Ja, hallo? Klaus, wie geht's? Ah, ja, ist Lino. Gute Nacht, Junge. Ich will das hier ausleihen. Guten Abend, Sir. Das sind drei Dollar, bitte. All right. Behalt das Wechselgeld. Cash. Cash-Reges. Oh mein Gott. Falls gerade ein Laden zuschaut, stellt mich gerne als Kassierer ein. Ich hab das hier voll drauf. Ach, jetzt kann ich's erst nehmen. Alter, wir hatten hier hingeschissen. Oder kommt ein anderer Kunde? Guten Abend, Sir. Das ist die Polizei, Tatsache. Der sieht aus wie so ein Maxim. Sir, sie schieben mich gerade. Ich würde gerne hier dieses Tape auszuleihen. Das sind fünf Dollar, Sir. Ciao, ciao. Senior Polizei. Ich hab auf seinen Namen gar nicht geachtet. Aber wo ist jetzt der Müll? Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, hier geht's runter. Aha. Ah, einmal hier Trash. Ich bring den Müll raus und das nachts. Der Hackfleisch hassen die Zerhacker. So, ganzer Müll weg. Ah, guck mal, der nächste Kunde kommt. Guten Tag. Sie sehen aus wie ein Gustav. Alter, ist ja hässlich. Wir hatten dir ins Gesicht gekräscht, boah. Was furzt denn, du? Ach so, ich muss unbedingt aufs Scheiß raus. Das ist Marco. Marco, ja komm, komm scheißen. Der kommt hierher und furzt an der Kasse rum und will jetzt einfach abseilen. Ja, chill, Digga. Hallo? Entschuldigung. Ja, bist du fertig? Ich hab sein Leben gerettet. Also, er hat aber die Toilette verstopft, Alter. Jetzt sind meine Aufgaben fast fertig. Hier, das einmal cleanen. Ist hier noch irgendwo Graffitis? Ah ja, guck mal, hier. Hier, aha. Oh, das war's. Wir haben unsere täglichen Aufgaben erledigt. Ah, und der nächste Kunde kommt jetzt. Ja, komm's her. Komm's rein, Kwan. Ey, das ist das weirdeste Horrorgame bis jetzt. Und dafür hab ich einen Eugen bezahlt. Ich möchte hier das Tape ausleihen. Und hier riecht's schlimm. Also, 5 Dollar und sorry, ein Kunde hat das Bad vollgeschissen. Ein Kunde, oder? Er glaubt mir nicht, dass es ein Kunde war. Äh, Digga, ja, ja, Geld. Gut, oder? Ja, ciao, ciao. Können wir echt glauben, dass es ein Kunde war? Ehrlich jetzt. Ohne Mist. Glaubens mir. Es war ein Kunde. Ehrlich. Ehrlich. Ach, der nächste Kunde kommt direkt. Aber ich lebe mich zur Kasse. Ich hab grad keinen Bock zu laufen. Mein Gott, warum stinkt es hier so? Es tut mir wirklich sehr leid. Es war ein Kunde. Und er hat die Toilette verstopft. Sei vorsichtig. Der Geruch lockt vielleicht den Poopkiller an. Wait, wait. Poopkiller hab ich noch nie gehört. Ich hab's gesehen in der Zeitung letzte Nacht. Er jagt Leute, die nicht runterspülen. Was heißt, Kinder? Spült immer richtig runter, wenn die geschissen. Sonst kommt der Poopkiller. Das ist los, nein. Oh, was? Du hast deine Toilette nicht runtergespült. Das war ich nicht. Das war ein Kunde. Was macht der? Was hat der da? Hä? Der scheißt ein Stück Scheiße auf mich. Was ist das, Digger? Bro, was passiert hier? Ich hab ne Wurst ins Gesicht gekriegt. Oh, Alter. Der Streifen. Ey. Der furzt und ist abgehauen. Und jetzt kommt der nächste Kunde und er denkt, ich hab mir ins Gesicht geschissen oder so. Hallo. Nur um das klarzustellen, ich war das nicht. Oh, Michael Jackson. Ist das Scheiße in deinem Gesicht. Geil. Ja, 5 Dollar bis dem M. Ja, sie hat mich einfach ausgelacht, weil ich Scheiße im Gesicht hab. Oh, hier liegt sogar die Wurst. Irgendein Geräusch war unter mir. Ich krieg das noch nervlich nicht zusammen. Och, Digger, bitte. Hallo? Was? Was denn? Höh, was? Steht der doch oben? Höh. Nein. Er hat alles voll geschissen. Der hat sogar Scheiße hier oben verteilt. Erkläre ich das mal dem Chef. Was ist das? Ist das jetzt auch ein Ende oder so? Ja, irgendwie geht es gerade nicht weiter. Ne. Ich kündige. Ach, guck mal. Höh. 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 Okay, ich kann jetzt wegrennen oder um mein Leben betteln. Ich bettel. Ich bettel. Chill, yo. Chill, Mann. Bitte bring mich nicht um. Was macht der? Nein, der futzt mich an. Was ist das? Was spiele ich hier? Und jetzt? Die verfluchte Farm für 1,68 Dollar. Aber sieht doch gar nicht so verflucht aus. 4 Uhr morgens. Ich habe den Bus genommen, wo ich nach 8 Monaten wieder auf meine Farm bin. Alter, krasse Story, Mann. Tag 1. Ciao, gell. War schön. Ach, die Leute vom Partybus. Ey, wer bist du? Hallo? Oh, Gordon Ramsay. Die Krähen haben Gras gegessen. Viel Glück. Okay. Na komm, Bus. Ich slip's hin. Der hupt. Ja, chill, Digga. Komm, fahr weiter. Wo geht jetzt der alte Mann weg? Das ist mein erster Freund. Warte, steigt der da ein? Er ist weg. Der Bus fährt einfach ins Nächte. Dann wollen wir ein paar Krähen wegbumsen. Ah, hier ist schon die erste Krähe. Guck mal. Das ist meine hübsche Farm. Bei der war ich 8 Monate nicht mehr. Die Farm sah auf dem Bild aber ganz anders aus. Das macht ein Freddy hier auf dem Boden. Oh, eine Waffe. Ist das doch GTA San Andreas. Oh, wo ist Big Smoke? You picked the wrong house, fool. Wenn das meine Farm ist, wer hat diese Zettel dahin gehängt, um mir zu sagen, was ich zu tun habe? Oh, shit. Ich habe die Waffe. Wo sind die Krähen? Hier, guck mal. Oh, scheiße. Die haben ja nicht mal die Fluganimation, Digga. Sieht legit aus, Bro. Warte mal, komm jetzt. Es fliegen keine mehr rum. Okay, tschüss. Ihr dürft die letzte töten. Ah, rot markiert, damit auch jeder weiß, dass die Waffe dahin soll. Meine zweite Aufgabe, die kaputte Vogelschläuche in den Mülleimer packen. Okay, Freddy. Go meet. Es ist gerade dunkel und ich soll jetzt da rauslaufen. Also, wenn das nicht mal schief geht, dann weiß ich auch nicht. Und patz. Tschüss, Freddy. Es tut mir leid. Lass mich ins Bett. Gute Nacht. Oh. Also, der Schlaf war wie immer. Klopfen und flüstern. Dritte Aufgabe. Ich soll das Mehl verkaufen an einen Mann und ich darf den Preis nicht anpassen. Wer hupt denn da? Könnten Sie aufhören? Ja, Bro, chill doch. Och nein, es ist Heisenberg. Servus. Er raucht einfach mit offenem Mund. Wieso grinst du so, Digga? Der wünscht mir auch schon wieder viel Glück. Bro, er hat doch seine Fresse zehn Zentimeter weit offen die ganze Zeit und raucht damit. Ich brauche doch kein Glück. Dem wird das Lachen noch vergehen, meine Freunde. Servus, Stefan. Hier ist der dritte Sache. Er hat sich einfach ins Auto teleportiert. Okay, ciao. Wow, Zeit für meine nächste Aufgabe, Freunde. Ich muss das Gras vor meiner Haustüre wegmachen und ich soll die Schere vorsichtig benutzen, nicht dass ich mich verletze. Ja, Mutter. Schere nehmen, aber vorsichtig und dann das hier abschneiden. Och, nö, Digga. Ja, ich bin fertig für die fünfte Aufgabe. Fünfte Aufgabe. Ich soll die Chica aus der Farm entfernen. Weirdes Smilies. Warum? Oh mein Gott. Oh, oh. Wie süß. Oh nein, ein Abonnent. Schnell. Eingesammelt. Oh, was? Warum nennt er mich dumm? Wer hat da geschrien? Wait. Was? Wer bist du? Es ist wirklich Grand Theft Auto, San Andreas. Der winkt. Oh, ist das creepy. Ich habe Gänsehaut. Warte, warte. Ich hole mein Gewehr. Ich kann nicht ins Haus. Oh, das Radio. Hört ihr das? Oh, jetzt rennt er weg wie mein Crush. Hallo. Das ist super unangenehm. Ich habe gerade Realtalk, mich erschreckt und habe Gänsehaut. Schnell ins Bett. Ich freue mich jetzt wieder was komisches. Oh, oh, okay. Oh, okay. Was passiert hier? Hallo? Freddy Fazbear. Hor, 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 hor. Oh, was ist das? Oh. Oh, shit. Oh. Oh, oh. Okay. Shit. Das habe ich jetzt geträumt. Mir wurde ein Traktor gekauft und ich soll ihn von der Straße abholen. Oh, das Blut ist weg. Nett. Bewegt er sich nur, wenn ich nicht hingucke? Okay. Aber wohin? Was? Hab ich es geschafft? Das war's. Das hier sieht legit aus wie ein Virus. Das Game-iPad-Baby. Oh, Gott. Das sieht so aus wie ein Virus. Was ist das? Alter, ich kann gar nichts erkennen. Oh, shit. Da ist Kylie Jenner. Ein neues Spiel. Ey. Ey, Digga, was ist das? Was ist das? Wer bist du? Hallo? Was macht ihr? Ein Priester mit vier Armen? Bro, kannst du nicht? Was passiert hier? Oh, shit. Eminem. Was macht der Eminem hier? Der will einen Fisch. Ey, hier ist der Fisch. Eminem. Wo bist du? Eminem, ich hab deinen Fisch. Hä? Ich hab ihn den Fisch. Wieso macht... Was passiert jetzt? Also, hier ist der Fisch. Jetzt hab ich den Fisch. Eminem, ich hab sein Tagebuch bekommen. Ich... Ich hab seine Notizen. Ich kann Rapper werden. Wieso hat die Polizei mich grad festgenommen? Was ist mit Gandalf los? Seit wann sieht der so aus? Tja, Freunde. Ich hab meine Kontakte ein bisschen spielen lassen und ich habe Frühzugang zu Fortnite 2, meine Freunde. Oh mein Gott. Was? Okay, wir gehen auf Bali. Bro, was? Ey, da ist Freddy Boss. Was will er? Ich mach weg, Sans. Das ist einfach eine Amorga-Statue. Was ist jetzt hier das Ziel, Bro? 0 von 13. 13 was? Das ist aber irgendwie nicht Fortnite. Ich hab mir das anders vorgestellt. Ey, der kann fliegen. Ach so, sind das die Hamburger? Ich weiß nicht, was ich tun muss, Bro. Hä? Ich mach hier grad den Parcours. Amongoose. Ah! 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 Dieses komische Ding, da muss ich einsammeln. Bro, ich kann das nicht. Hä? Extra Start. Was ist das denn? Und hier haben wir noch Cancer Stage. Och, Digger. Was ist das? Warte mal, es gibt ein Simpsons Horror Game? Warte mal, was? Oh, okay. Ich soll ihn Eier bringen? Oh, shit. Oh, wer ist da? Wo sind denn die Eier? Ich würde mal vermuten, in der Küche, oder? Komm, such, such, such. Nichts. Ja, ich hab das erste Ei. Das ist halt einfach wirklich mit den Simpsons gemacht. Oh, shit. Marge, Marge. Oh! Was war das? Aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Yo, Bart, ich bin Homer. Ich bin ein Homie. Wir schaffen das. Oh! Die ist direkt da. Lass mich aus! Hat die mich nicht gesehen? Da läuft Marge. Sieht die mich? Och, Mann, Digger. Wer hat sich so ein Game ausgedacht, Bro? Keine Eier. Oh, oh. Geht's hoch. Hier gibt's bestimmt Eier. Ja! Ja, aber, ja, aber, ja. Schnauze. Das ist noch ein Ei gewesen. Ey, ich hätte hier gar nicht reingehen dürfen. Retalk nicht. Sie kommt hoch! Oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg! Ey, Mann! Okay, Marge ist oben. In der Tour, let's see, Bro! Sack bitte nicht. Da war wirklich ein Ei drin. Okay, eins fehlt mir noch. Oh, fuck! Nein! Alter, ich krieg's einfach nicht hin, Bro, what? Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und ein Abo auf diesen Kanal. Wenn ihr mehr von solchen kaputten Games sehen wollt, dann kann ich euch nur dieses Video hier empfehlen. Ansonsten Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.